Aufgeregt steht Sabrina, 28, am Gate, hält ihre kleine Tochter Aria fest im Arm. Es ist nicht diese leichte Anspannung, die viele vor einem Flug haben. Sabrina ist aufgeregt, weil diese Reise in die USA wohl die einzige Überlebenschance für ihr kleines Mädchen ist. Die Einjährige hat einen angeborenen Herzfehler, durch eine fortschreitende Herzmuskelerkrankung ist ihre linke Herzkammer viel zu groß. Lesen Sie mit Bild Plus, wie ein Herz für Kinder Aria helfen konnte, und wie es der Kleinen geht.